Ich weiß, dass mein rechter Fuß sehr stark ist und mit ein bisschen Spin habe ich gesehen, dass ein bisschen Platz da war durch die Torwart und die Pfosten. Ich habe einfach mit meinem rechten Fuß ein bisschen Gefühl gesehen, dass Platz da war. Nein, aber ich war ein bisschen glücklich, aber ich werde es auf jeden Tag der Woche nehmen. Aber ich habe wirklich nicht gesehen, dass ich es nicht verletzen habe. Ich habe das Ziel gefangen. Ich weiß nicht, wie ich es in Deutsch sagen kann, aber ich habe einfach geöffnet, und hoffe, dass ich es für die Besten gefangen habe. Das Gefühl war fantastisch. Meine ersten Ballkontakte auf dem Platz waren nicht so gut. Eine halbe Minute vorher habe ich einen schlechten Cross gemacht. Es war einfach so leid. Ich bin einfach froh, dass das passiert. Ich bin einfach so leid. Vielen Dank.